Was geht ab, liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Verlängerung. Es gab einen holprigen Start zwischen Tottenham und seinem neuen Sponsor Deluxe. Nachdem beide Seiten die Partnerschaft am Donnerstag öffentlich gemacht haben, dann verspottete aber der Farbenhersteller die Spurs auf Twitter. Und das war allgemein sehr unangebracht und es hat ordentlich Konsequenzen nach sich gezogen, beziehungsweise denkt man das auf jeden Fall. Was ist also genau passiert? Ein User machte im Internet einen Witz darüber, dass Deluxe seine Farbeimer in Tottenhams Trophäenschrank verstauen könnte, weil es nicht so aussehe, als würden sie irgendwelche Trophäen in naher Zukunft hinzufügen. Und daraufhin reagierte der neue Farbsponsor mit einem Foto einer leeren Glasvitrine, mit einem Spurs-Logo und dem Schriftzug und gebrauchter Trophäenschrank zum Verkauf. Und das ist natürlich ein harter Spot gegenüber Tottenham, weil diese ja schon sehr lange keine Trophäen mehr gewonnen haben. Aber damit nicht genug. Ein anderer User schlug nämlich vor in den Kommentaren, den staubigen Trophäenschrank einfach zu bemalen, woraufhin die Firma und der neue Sponsor erneut antwortete, seid nicht albern, Oberflächen sollten vor dem Bemalen staubfrei sein. Zudem brachte ein anderer Twitter-Notes eine scherzhafte Beleidigung ins Spiel, dass die Hundemaskottchen von den Spurs des Unternehmens in der Innenverteidigung spielen könnten, weil die wahrscheinlich besser performen würden. Und die Antwort von dem Sponsor war, er könnte einen besseren Job machen. Und das war natürlich eine Anspielung darauf, er könnte einen besseren Job machen als einige Verteidiger bei den Spurs. Aber diese Tweets wurden mittlerweile gelöscht. Tottenham wurde zuletzt 1961 englischer Meister und den letzten Titel gab es 2008. Und das war der englische Liga-Pokal. Und auch in der aktuellen Saison läuft es gerade nicht sehr rund für die Spurs. Die Mannschaft ist derzeit nur 8er in der Premier League, zudem aus der Europa League geflogen. Und vor allem Trainer José Mourinho steht sehr, sehr stark in der Kritik. Und Harry Kane denkt momentan ebenfalls über einen Wechsel nach. Er ist sehr unzufrieden. Da steht wie gesagt PSG im Raum oder diverse Wechsel auf jeden Fall zu anderen Klubs in der Premier League. Wäre auf jeden Fall sehr interessant. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darüber, was diese Bemerkungen letztendlich für ein Ausmaß haben werden, was für Strafen dort vollzogen werden oder ob es da überhaupt ein Nachspiel gibt. Ansonsten schreibt mir doch mal eure Meinung in den Kommentaren darüber. Ansonsten bin ich raus. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns bei der nächsten Verlängerung. Bis zum nächsten Mal.